hey und willkommen zur nächsten folge von create live 3 und es geht weiter wir bauen mal um ein bisschen abwechslung das dröge maschinen bauen reinzukriegen die obere base die obere richtige vernünftige base in der letzten folge endlich die flugzeuge lande waren am start wir haben angefangen den hangar zu bauen ja damit wir die hangar games spielen können aber das ist noch nicht ansatzweise fertig ist wieder viel arbeit auch so ein gebäude zu bauen da werde ich ein bisschen rumbasteln ich hoffe von der größe passt dass wir ein flugzeug reinkriegen flugzeug selbst wird wieder ein bisschen aufwendig werden ich mache erstmal die gebäude und so ein bisschen zeug und so was und hätte jetzt so ein kleines bisschen einfach mal wieder woide gemacht ich würde das dach mal durchziehen mal schauen wie lange wir dafür brauchen wie viele steine wir brauchen ich glaube ich habe zu wenig ja ich lege mal los und ich hoffe wir machen heute wieder ordentlich progress in der base so dass das hier oben irgendwann auch noch cool aussieht ich möchte ja wie immer nicht zu viel hier oben versprochen haben sondern ich möchte die komplette fläche füllen und ich glaube die ganze fläche die wird ziemlich schnell gefüllt ich muss sogar noch fläche aufschütten um noch mehr platz zu kriegen also ich sag's euch ich glaube diese fläche hier die reicht nicht ansatzweise ich muss sie noch größer machen am anfang geschneid werden hingekommen hat auch gesagt dass die größte base die er jemals hier gesehen hat aber naja die größte mob spawn fläche wer hat es gesagt joe hat das größte mob spawn fläche leute da wird eines tages er kommt sich denken was zur hölle hat spark hier gebaut die große mob spawn fläche ist einfach alles komplett bebaut mit stadt und whatnot okay dann ja starten wir doch mal mit dem gebäude aber leute ich habe übrigens die einstellung gefunden ich habe hier ein bisschen umgebastelt und jetzt kann ich hier einfach nur die schingels auswählen und daran weiter nach hinten ziehen und das geht auch wir müssen gucken dass wir auf die gebäude übrigens ebenfalls ausleuchten weil ansonsten ist das hier irgendwann nicht mehr so spaßig dann hüpfen nämlich die ganze zeit krieger vom dach und das möchte natürlich niemand außer ihr natürlich weil ihr findet das mit sich wenn wir die grieber vom dach steigen so leute nächster schritt von unserem hangar klein aber fein dach ist fertig ich habe hier noch mal so ein kleines bisschen glas da oben reingemacht so mit dem licht noch reinkommt die hütte ist recht groß hätte ich gesagt aber das muss sie sein weil ein flieger ist ja kein keine ahnung kleiner kleiner rc flieger mit dem du so fernsteuern kannst sondern so ja leute sitzen können so wir sind am überlegen noch wegen dem tor und wenn ich so eine art garagentor macht dann müsst ihr ja bedenken also ich weiß also ultra easy weiß ich gar nicht wie ich es umsetzen kann weil ein garagentor das geht ja nicht einfach nur hoch also es geht auch kannst du einrollen wie so ein rollladen aber das geht ja eher wenn das so ein metall ding ist ein bisschen schingels ne warte ich weiß nicht teile metal sheet hier dann das wäre ein schönes an der anderen ist ein sheet metal oder iron sheet metal das wäre ein schöner block für so ein garagentor so und das muss ja flach bleiben wie ein brett und nach oben fahren und dann normalerweise hat mir so eine schiene an der seite mit einer rolle drin so dass das dach hoch fährt und sich dann die unter das dach legt also hoch und nach hinten rollt dann das dach rollt dann die tür und das dach so und ich weiß jetzt gerade also das drehen geht ja ich könnte jetzt hingehen nicht man hat ja hier dieses von create dieses teil wie haben wir das denn gar nicht mehr mit mir einfach ein mechanical bearing vielleicht sogar eine clockwork bearing brauchen so ein clockwork bearing und da kann ich sagen ey yo dreh das mal 90 grad und fast nach hinten aber ich bin mir gerade nicht sicher kann man so mit kennenzulernen clockwork bearing auf so einen gantry carriage packen der gantry carriage ist praktisch die rolle die das tor dann nach hinten schiebt und das clockwork bearing das dreht es dann nach oben also 90 grad nach oben drehen währenddessen es von vorne nach hinten fährt ich habe das ja bei dem tor hier gemacht da es aber nacheinander nicht gleichzeitig ja wir fahren in eine richtung erst mal das tor zusammen und dann nach vorne aber das was ich jetzt versuche ist ja das tor zur seite und nach vorne gleichzeitig zu fahren mit noch einer anderen maschine dazwischen das ist halt die frage ob das so sinn macht okay ich werde mal probieren ob wir das hinkriegen und wahrscheinlich in der kleinen testwelt noch mal testen das ist aber unter umständen erst mal eine kleine challenge die wir probieren müssen das mit dem tor hat geklappt vielleicht geht das wenn das clockwork bearing da funktioniert müssen wir es eigentlich hinkriegen dass wir ein richtiges garage noch mal sich hochklappen so und das dach fährt hey wir haben werden so viele zahnräder wieder an der seite haben das wird schon wieder ein neuer sein zu bauen holy okay mal gucken wie das umzusetzen also ich denke mal ich werde zum single player testen so leute ich habe mir jetzt ein kleines bisschen den kopf zerbrochen das hat schon wieder eine weile gedauert und zum kleinen prototypen der die hälfte kann schon mal am start ich habe mal geschaut man kann nämlich in create mit diesen sequenced gear shifts hier einiges anstellen wenn wir mal draufklicken seht ihr in der kleinen animationen was die können da gehst du nämlich hin und kannst ein programmieren eine ja einen programm ablauf was das teil machen soll kann so nach rechts drehen um 90 grad wieder zurück drehen 180 grad ne und 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 dann verschiedenste sachen anstellen es wird mit redstone gesteuert so und ich kann jetzt hier einstellen unter anderem wenn ich da mal kann ich ja reingehen mit der mit der hand irgendwie oder so genau sequenced gear ich habe das geändert von standardmäßig turn 90 degrees nach input speed dann soll es await einen neuen redstone puls abwarten und dann soll er wieder zurück drehen um 90 grad weil das tor geht ja um 90 grad auf fährt zurück fährt vor und wieder um 90 grad runter also das teil hier jedes mal warten ansonsten boah ich glaube ich habe gerade eine idee gekommen pass auf und in der praxis sieht das natürlich so aus hier das tor ach so das war jetzt gerade offen also jetzt öffnet sich das einmal und und jetzt schließt es sich wieder das ist doch das ist doch satisfying die oben ebenfalls dasselbe öffnen und schließen genauso wie das tutorial hatten hinten muss energie kommen und ich bin gerade am überlegen weil das ganze ding muss jetzt weggezogen werden nach hinten habe ich jetzt die gantry carry sie das alles nach hinten dragt hoffentlich und dann gehe ich mal hin und drück mir eine speed drauf sieb es wird aber nur das kielschiff jetzt mitgezogen das heißt ich müsste mit linia teilen dass er irgendwie mit holen ich bin aber gerade am überlegen also beides gleichzeitig geht nicht mehr das individuell vermute ich mal was ist denn wenn wir sogar gar nicht mal das kielschiff mitnehmen sondern einfach nur hier vorne dann das das radial chassis klauen wie wäre es denn wenn wir nur das radial chassis klauen und alle blöcke die am radial chassis dann hängen mit dem linia chassis das radial chassis geklaut und alles was hier unten festgeklebt ist ist ja das linia chassis geklebt und dann könnten wir das hier nach hinten ziehen dann habe ich aber immer noch ein problem also das tor fängt sowieso erst hier an ja das ein kleines bisschen gucken hier das ist gerade nicht so angenehm dann darf der wieder vorfahren tja muss erst mal das ein kopier kriegen ja genau ich kann das macht sowieso keinen sinn dass wir alles hier zurückziehen oder oder es war noch ein gedanke was ist alles festkleben das hat der nächste punkt so wenn ich jetzt hierhin geklebstoff und ich mache ein schaft dran ja dann haben wir mechanical bearing kommt weg da mache ich wieder ich kann das mal die offhand packen so mechanical bearing dran geklebt und dann unser radial chassis ist das richtig ja das sowieso dran geklebt und dann einfach hier die blöcke die irgendwie dran geklebt sind vielleicht geht es so dann machen wir das wieder aus der offhand raus gehen nach hinten und wenn ich jetzt die kiste zurück war stopp erst aufklappen so einmal aufklappen ich muss dann einfach nur einen redstone puls immer hierhin schicken zum erst wenn das fertig hochgefahren ist soll es dann zurück fahren beides gleichzeitig gleich so dann lassen wir noch mal langsam hier ich glaube es geht es geht leute es geht es geht es geht es kann ich jetzt hier parallel wenn wenn das gerade im fahren ist nein wenn ich im fahren bin ist das sequenced gear shift komplett stillgelegt das heißt das ignoriert alles was reinkommt weil es nicht mehr als eigenständiger block agiert sondern als entity die von dieser gantry carriage geschoben wird also ich kann nicht ich kann keine fließende bewegung machen nämlich aufdrehen und gleichzeitig nach hinten fahren sondern ich muss erst aufklappen und dann nach hinten fahren dann wieder vorfahren zu klappen aber beides gleichzeitig geht nicht also ich habe mir schon gedacht dass ich gestern ansonsten mitmachen und hier könnte ich jetzt hier spiele denken ja moin kannst du hier mal ach nee da ist keine energie dran ja hinten kann ich gar nicht runter klappen so dann fertig schlicht immer vor und die andere richtung natürlich ein minus darf wieder zurückfahren geht es ein bisschen schneller und jetzt hat er strom gekriegt und es ging direkt runter das heißt wenn ich das tor schließen will muss ich einfach nur hinten strom geben einmal dann hat das sequenced gear shift schon sofort geschnallt dass es runterklappen soll es kann aber noch nicht runterklappen weil es darauf wartet dass energie kommt und in dem moment wenn das vorne angekommen ist kriegt ist ja wieder energie von dieser seite und dann klappt das instant sofort runter das heißt zum öffnen brauche ich mal ich sollte vielleicht mal den schalter austauschen gegen den button button drücken und dann nach hinten also ich weiß ob das beides gleichzeitig wir lassen den jetzt mal zurückfahren achtung kleiner test einmal zurückfahren was ist wenn ich jetzt gleich sage fahr das doch mal hoch mit vier so und zwar langsam hochfahren und gleichzeitig zurück ich glaube halt dass das nicht so geil geht ja weil er stimmt weil die energie dann wahrscheinlich fehlt ne okay ich lasse ich jetzt gleich mal hochfahren und haue hier oben das gantry shaft drauf und dann guck mal was passiert okay ah dann dann zerbricht es okay dann dann wird es zerstört ja weil das teils wieder zurück okay gut eins am anderen dann brauchen wir ein redstone signal welches zuerst das tor hochklappt und wenn das tor hochgeklappt ist dann soll es nach hinten fahren wenn ich es wieder schließe muss eigentlich nur einmal ein signal hinten dran dass sich etwas dass sich das ändert also in die andere richtung dreht und währenddessen hier unser teil einen kleinen button drücken also guck mal jetzt fährt er falsch rum aha jetzt fährt er natürlich falsch rum okay weil er abgebrochen wurde der denkt jetzt dass der der denkt jetzt er wäre geöffnet aber er ist geschlossen gut dann haben wir doch da schon mal die lösung gefunden und ich glaube die umsetzung ziehen wir uns jetzt mal auf den server rein gut in der praxis wird das jetzt ein kleines bisschen gekraxelt vor allen dingen auch beim tor müssen wir eine sache bedenken die sache ist jetzt halt die beim hier entlanglösen wir müssen da auch einen eisenblock machen und hier geht es so runter weil wenn die sache jetzt da nicht wäre oder einfach hochklappen würde dann 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 passt das ja nicht dann würde ja wenn das teil sich aufklappt wir in diesen blöcken hier drin hängen weil das von der unteren seite einmal nach vorne klappt und das teil eins höher wäre und dass das das geht nicht dann würden sich die blöcke glaube ich zerstören deswegen habe ich so gemacht dass ich jetzt hier einfach da einen block da hier drunter die sind auch schon alle festgeklebt wenn es jetzt um 90 grad dreht dann wird dieser block der sitzt dann oben drauf und dieser block der wird danach geradeaus durchgestreckt dann sieht das aus wenn das tor geradeaus aufgeklappt ist hier an der stelle so das wäre wichtig das sieht halt jetzt doof aus für von außen dass wir da so ein ding drin haben so einen kleinen knick aber geht nicht anders also das muss so sein da gehen wir erstmal hin und stellen mal ein await new redstone pulse turn by angle 90 grad in die andere richtung fertig und hier oben kommt jetzt ein gantry dran ja da sieht schon mal gut aus jetzt müssen wir nur noch hier hinten energie anschließen also das muss acht blöcke zurückfahren das heißt die kiste fährt jetzt ein block zurück zwei drei vier fünf sechs sieben acht blöcke fährt es zurück und hier hinten muss jetzt energie dran wenn ich also hier hinten jetzt einmal drehen lass dann sollte das je nachdem welche drehrichtung ist die komplette geschichte vor und zurück fahren aber bevor wir da jetzt irgendwie mal eine gewisse richtung gehen ich teste jetzt erstmal das mit dem drehen machen wir uns mal einen button der button der fährt ja irgendwie auch immer mit der kommt hier hinten dran so okay läuft ach ja klar ist ja keine energie dran ohne saft passiert ja gar nichts die frage ist wie ziehen wir jetzt hier energie her ich weiß hier nicht ich weiß nicht ob ich vom aufzug abzapfen soll oder so oder ob wir ein neues wild dran machen also wir haben hier vorne ein bisschen energie noch übrig das ist aber vom aufzug wir wären jetzt ein bisschen außerhalb unserer cave hier hinten auch eine fläche die habe ich schon mal gebaut die geht in die cave und rein hier war ja hier stehen sie noch zwei windräder unten drunter die sind aber deaktiviert wir könnten an dieser stelle eventuell energie nach oben leiten ich will mal gerade überlegen wo vielleicht sogar eher hier hinten so dass ich von hier oben da kommt eine gearbox hin was das einfach dreht hier unten kommt dann so ein gearshift hin was das in die andere richtung dreht wenn red so ein signal kommt so können wir dann die torsteuerung machen aber das heißt im klarex hier müssen wir jetzt einfach mal senkrecht nach unten buddeln ja ich habe ja leid schon an was soll denn schon schief gehen wir graben einfach mal runter und gleich sollte ich irgendwo hier rauskommen seid ihr gespannt? das heißt wir müssen energie jetzt von janz hier unten nach janz da oben schieben und vielleicht kann ich das ja irgendwie so machen indem ich die energie von der sandfabrik das war ein bisschen tief jetzt gerade ups einfach geradeaus weiter durch leider ne nach da drüben da hinten hochfahren ich glaube das wäre der richtige ansatz das heißt ich sehe mal zu der erste verkabel krieg so Leute ich habe das komplett die komplette stange von da unten bis hier hoch gezogen ich finde das irgendwie ziemlich krass dass ich das immer noch alles rede dann kommt jetzt hier eine gearbox hin so und dann packen wir hier die Dings dran und okay es steht nach vorne und für die Steuerung müssen wir jetzt folgendes machen wie heißt nochmal das Ding welches einmal umtauschen denn Gear Shift ne da geht man dann hin schließt ein Schalter und dann dreht es sich in die andere Richtung einfach dann graften wir uns das ich hätte halt einfach jetzt hier unten das Teilchen gebaut dann steht das schon mal da und das ist jetzt für die Steuerung wichtig und wenn ich dann jetzt hier unten einen Schalter mache nur für die Dauer des Schalters ne also es muss ein permanentes Redstone Signal da sein kurzer Button reicht nicht ja wunderbar da fährt schon mal gar nichts da fährt schon mal einwandfrei gar nichts warum fährt denn da schon wieder gar nichts achso ja klar weil die Erde im Weg ist wahrscheinlich aha so jetzt muss das oh der oh der Button wurde natürlich jetzt weggehauen wir können das aber so machen das wird das Signal von unten vielleicht kann ich hier mal Button 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 von unten ja ach ja weil keine Energie ist passiert ja nichts ja 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 aber das geht doch mal jetzt fährt schon mal das Tor hier entsprechend vorn zurück den Teil haben wir jetzt müssen wir noch einmal Energie von dieser Seite nach da hinten schieben die Sache ist auch die völlig egal in welche Richtung sich das dreht nein ist es nicht weil es geht ja auch um die Drehrichtung ach Gott dieses Sequential Gearshift das dreht ja was um 90 Grad in Drehrichtung oder gegen die Drehrichtung in dem Moment wenn ich aber das Teil vorn zurückfahren was nein die sollte immer gleich sein weil immer wenn das Teil vorne ist ist die Drehrichtung ja festgelegt und nur hier vorne klappt es auf und zu hier hinten nicht also hier hinten würde das Sequential Gearshift anders arbeiten als hier vorne weil sich hier hinten ja die Drehrichtung ändern würde aber da wir immer noch vorne auf den Zug klappen und die Drehrichtung immer gleich sein muss damit das Gantry Carriage Ding vorne bleibt passt das okay gut dann haben wir das auch schon mal geklärt ja wir müssen jetzt noch eine kleine Sache machen wir zapften mal eben an zapf und ah es kommt zurück aber es ist auch gewollt so dann kommt hier eine Gearbox dran diese leitet das Signal nach hier kommt auch eine Gearbox dran dann machen wir lauter Schafts dran soll ich von den Schafts eigentlich verhauen ich habe irgendwie einen Stack gecrafted ist wieder nur der eine Standard Stack übrig okay so die Kiste dreht sich wenn ich jetzt den Button yo yo der dreht sich hä aber dreht sich die Kiste so schnell holy der klappt ja des Todes ne also ob es auf erst mal funktioniert dann kann ich immer noch gucken ob ich das ein bisschen langsamer mache weil das ist ja hier also klappen geht schon das ist ja auf zu auf zu so ey das Garagenloch geht so schnell auf wenn deine Katze läuft die wird weggeschleudert bis keine Ahnung oder irgendein Dude miau und Abfahrt ähm ja das ist vielleicht wiederum nicht so gut jetzt ne und wenn ich jetzt hier hingehen würde so dann kann ich jetzt sagen eyau und dann fährt es zurück und jetzt müssen wir das nur noch Redstone technisch steimen dass das alles in der richtigen Reihenfolge passiert ich hab das Gefühl ich bin einen Block zu weit gefahren kann das sein eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht ah ja es muss jetzt nur okay jetzt ist es auch einen Block zu weit nach hinten gefahren soll ich nur mal einen nach vorne schieben also es wäre schon ganz schön dass wenn das hochklappt oder soll es hochgeklappt hier hinter sein oder eins weiter vorne warten also das könnten wir jederzeit noch anpassen ihr könnt hier mal bescheid machen äh bescheid sagen ob wir das ich muss dann diesen kompletten Schaft von ganz unten ein Block weiter nach vorne verlegen und hier die Energie hochfahren ne oder wenn wir es halt hochklappen oder zwei Blöcke dass halt das Teil hier direkt vorne mit abschließt dann kann man da so nicht reingucken ne und zugebaut wird hier nichts das bleibt offen ansonsten ich kann hier nicht zubauen weil ansonsten die Geschichte muss ja langfahren hier ist ja kein Platz äh äh nein ich hab ein Loch im Dach mein Garagentor hat ein Loch ins Dach gebohrt äh meine Daumen und Helen da müssen wir nochmal ein bisschen gucken was hier gerade schief gegangen ist das Teil hat hier hinten ein Signal gekriegt und deswegen ist es vorgefahren hat wieder Saft gekriegt und ja ich werde hier nochmal ich muss hier nochmal gucken ouch 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 dann die nächste Sequenz und dann geht er aus aber wenn ich jetzt die erste Sequenz also aufgeklappt hab dann nach hinten fahren wieder vorfahrt dann hat er sich schon reset und wenn ich dann wieder den ersten Signal gebe dann klappt er sich nicht zu sondern klappt sich halt wieder auf also auf auf sozusagen deswegen hängt er oben an der Decke und das ist schon wieder gar nicht gut ne ich kann jetzt hier einfach manuell mal sagen ey jo klapp dich mal runter und jetzt wieder zurück und so that's it's aber Leute dann müssen wir das anders machen tut mir leid dann dürfen wir das Geerschiff nicht mitnehmen im Klartext heißt das jetzt eigentlich nur wir müssen dieses Scantry Ding eins nach links noch ich muss das eh jetzt umbauen also also das Teil muss hier hochgehen dann und ja es muss nicht unbedingt hier hochgehen wir können es immer noch hier hochgehen lassen und lassen einfach hier eins zur Seite gehen das geht auch muss ich noch eine zweite Gearbox einbauen dann ist das schon wieder invertiert ne das ist die andere Sache das heißt das Mechanical Bearing da muss ich den Klebstoff abmachen der im Geerschiff hängt ansonsten fährt nämlich jetzt das Geerschiff wieder mit obwohl das gar nicht mit soll aber nur weil es festgeklebt ist fährt es mit ich muss ein paar ich muss kleine Anpassungen machen hier ach du Heiliger so meine Damen und Herren es läuft nur noch nicht automatisch ganz aber pass auf die einzelnen To-Do-Schritte dieses Systems die sollten jetzt drin sein nächstes Problem war halt hier hinten bei dem Sequential Geerschiff immer wenn ich dann halt zurückgefahren hab hat sich hier die Drehrichtung geändert und dann wurde das auch resettet hmm das finde ich auch nicht so gut und deswegen hab ich so gemacht dass ich jetzt die Drehrichtung hier die bleibt immer gleich da ändert sich nichts auch wenn ich vor und zurückziehe indem ich einfach jetzt den Geerschiff drüber gebaut hab nicht drunter so folgender Ablauf Tor öffnen Dankeschön zurückfahren besten Dank Tor ist offen Tor schließen oder vorfahren und schließen es gibt noch eine Sache wo ich vielleicht überlegen sollte ob wir hier irgendwie den Geschwindigkeitsoutput mal reduzieren das Ding ist auf 128 und dreht sich so schnell auf dass es einfach alles aus dem Weg jeetet was davor steht vielleicht können wir dann im Laufe der Zeit hier nochmal irgendwie was einbauen irgendwie ja Rotation Speed Control oder irgendwie sowas dass das hier hinten runter verlangsamt ich weiß eigentlich ich bin erstmal froh wenn die Kiste läuft das Problem ist das muss ja Reds und Tations wieder getimt werden ähm ja dann das ist schon wieder asymmetrisch zeitlich gesehen also ne obwohl die Schließzeit öffnet Zeit ich muss ja so machen ich drücke einen Knopf dann öffnet sich das Tor langsam und nach einem Delay kommt hier ein Redstone Signal an und dann wird es zurückgezogen eigentlich am besten auch mit dem Rotation ah Leute ich müsste den Rotation Speed Controller hier drunter packen damit beides nicht so schnell geht weil das fährt ja auch in der Wahnsinns Speed hier zurück das könnte langsam aufgehen und langsam zurückfahren in derselben Geschwindigkeit vielleicht so 16 bis 32 ich hab ja 128 hier drauf also um ein Vielfaches langsamer das heißt ich müsste den Speed Controller gar nicht oben machen sondern ich muss den irgendwo hier unten machen am besten das heißt wir führen hier ganz vorsichtig mal dann den die Energie rein und leiten ihn dann am besten da hoch und dann ja müsste das gehen gut und wie wir das steuern mit welchem Delay das müssen wir noch mal gucken für den Teil dieser es wird schon wieder zu Fall wir haben viel zu tun für den Teil dieser Folge ich würde hier nochmal das ganze Tor hier durchbauen und jetzt kommt es mich auch noch was an äh reicht das überhaupt kann dieses Teil kann ich überhaupt hier die komplette Torbreite öffnen oder geht das nicht das ist eventuell jetzt ein Problem und ich glaube auch dass das Öffnen und Schließen dann ein bisschen laggy wird ne also darüber nachgedacht das müsste ja hier äh grauenvolles Lag sein weil einfach 300 Blöcke auf einmal sich bewegen also ich werd mal schauen so vielleicht lassen wir es ja schnell dann geht das Tor schnell und schmerzlos oder so aber wir gucken mal ganz kurz so und ich kann jetzt oben drauf laufen dann laufe ich jetzt hier lang und ich muss jetzt jeden Block mit Kleber festkleben wir machen das gerade mal so ich mach das jetzt erstmal ohne die Blöcke dran zu kleben bis wir uns nicht eindeutig einig sind ob wir da Antecide Sheets nehmen oder Eisen Sheets hätte ich gesagt das darf erst nochmal warten dann wo haben wir das denn holen wir uns das hier packen den hier dran das müsste alles da hier brauche ich kein Kleber weil die Chassis die müssten alle connectet sein so und jetzt die große Preisfrage fährt die Kiste mit der über die komplette Breite jetzt nach hinten und wenn nicht dann ist schlecht die komplette Breite fährt hinter ja das geht Buttondruck aufgeklappt zurückgefahren oh yes sehr schön dann ja was wäre der next step da noch die Teile da dran kleben die dran sind und das steuern dass man beispielsweise mit der oh mit der Fernsteuerung was ist denn wenn ich zwei Buttons hab Fernsteuerung zum Öffnen zum Schließen nein 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 am besten ein Knopf einfach das wird in die Fernsteuerung eingespeichert als Remote Dings neues Teil und genauso wie das Tor ich muss ja auch hier nur W drücken zum Öffnen äh zum Schließen und zum Öffnen also machen wir dasselbe beim Garagentor und wir müssen nur hinkriegen wahrscheinlich mit Repeatern und einem Delay oder so dass das halt richtig funktioniert genau das heißt eine Taste ist für eine Redstone Konstruktion zuständig der Aufzug ist ja auch wird über S gesteuert S kann ich jetzt hochfahren wieder und dann sollte die Kiste ja ankommen hoch und runter selbe Taste und dasselbe kriegen wir hin also es macht ja keinen Sinn zwei Tasten zu nehmen an uns ja Leute das gefällt mir wir haben das Teil automatisiert und da fehlen ein paar Kleinigkeiten jetzt einfach nur das richtige Timing noch hinkriegen ich würde aber sagen das wird das mal in einer anderen Folge das ist schon wieder ziemlich lang vielen Dank fürs Zuschauen bis weiter geht seht ihr im nächsten Part und sagt mal Bescheid wie ihr den Hangar findet weil ich glaube besser als ich mir ursprünglich vorgestellt habe hier passiert was freut mich also bis dann das Gachen vielen Dank fürs Zuschauen ciao ciao